Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieses Jahr fallen die Festtage bekanntlich auf ein Wochenende und darum je nach Standpunkt eben günstiger oder weniger günstiger aus. Wie auch immer, Kaffee werden Sie über die Festtage noch günstiger als sonst trinken können, weil wir Ihnen den Jubilor Bohnenkaffee, 500 Gramm aus erstklassigen Hochlandsorten in Arabica-Spitzenqualität, gemischt und geröstet für Ihren persönlichen Geschmack, jetzt zum Aktionspreis für nur 3.90 Franken offerieren. Jubilor Classico, die beliebte klassische Mischung. Jubilor El Tielo, die sanfte Mischung mit dem vollen Aroma. Und Jubilor El Sol, die kräftige Mischung für alle, die Ihren Kaffee besonders rassig und temperamentvoll mögen. Gobkaffee wird noch besser, wenn er in einer Espressomaschine gemacht wird. Die Satrap Espresso Bar macht nämlich nicht nur Espresso, sondern auch Mokka und Kaffeecreme, Tee und Instantgetränke. Sie lädt Dampf ab zum Erwärmen von Getränken und das eingebauten Mahlwerk, sorgen dafür, dass der Kaffee immer frisch bleibt. Neben diesen Funktionen ist die Satrap Espresso Bar natürlich bestens geeignet als Geschenk und auch wir leisten daran einen Beitrag in Form von einer Preisermässigung von 100 Franken. Es sieht fast so aus, als sei zurzeit bei Gob alles ein bisschen günstiger und der Eindruck ist nicht einmal so falsch. Auch Praline kommen sie nämlich bei Gob zurzeit zum Aktionspreis über. Neben anderen bekannten Marken ist selbstverständlich auch Arnie vertreten. Persönlich würde ich Ihnen die Arnie Deluxe empfehlen. Nicht nur zum Selberessen, auch zum Verschenken. Mmmh. Verschiedentlich haben uns Konsumentinnen und Konsumenten darauf aufmerksam gemacht, dass sie die geräuchten Spezialitäten von Quik eigentlich sehr gerne hätten, dass aber die Portionen für sie als Singles oder als Kleinhaushalt einfach zu gross sind. Aber auch das Problem wäre jetzt gelöst. Neu gibt es jetzt nämlich Mini-Quik. Eine Gob-Exklusivität, gerade richtig für ein oder zwei Personen. Wie die grossen Quik mild gesalzen und gewürzt, dann geräucht und im eigenen Saft gekocht, um kalt oder warm zu essen. Mini-Quik gibt es im Moment in zwei Varianten, als Trautenrolle und als Rollschinkli. Und da jetzt noch ein Blick auf die Aktionsangebote, die Sie von morgen an in unseren Läden erwarten. Das 2-Kilo-Netz Clementine aus Spanien kommen Sie bei Gob über für nur 2,90 Euro. Der Lusso Eldorado Rahmglasse Cake Vienneta gibt es für nur 4,50 Euro. Und der Gob-Preisabschlag? 600 Gramm Backhofenfritt von Goldstar kostet von jetzt an nur noch 3,70 Euro. Und im Gob-Restaurant empfiehlt Ihnen der Küchenchef diese Woche Hackbraten Grossmutterart mit Rolini Tricolore für nur 8 Franken. Bestimmt kennen auch Sie jemanden, der schon alles hat und der Sie nicht wissen, was zu schenken. Warum eigentlich nicht einmal eine Reise? Wenn Sie selber dieses Jahr nicht so Lust haben auf Christbäume und am Silfester auch nicht einfach wettet, noch einmal essen zu gehen. Und auch nicht Ski fahren und erst recht nicht früh ins Bett. Dann hätte ich Ihnen einen super Tipp. Silfester in New York. In der aufregendsten Stadt der Welt, wo garantiert etwas los ist. 7 Tage vom 27. Dezember bis am 2. Januar mit Linienflüge von Swissair oder British Airways in einem Hotel nach Val offriert Ihnen Gob-Extra-Reisen schon ab 1'490 Franken. Sich über alles weitere informieren und natürlich auch gerade buchen, können Sie jetzt bei Gob-Extra-Reisen über das Gratis-Telefon 155 11 14, 155 11 14. Rufen Sie an, Ihr Telefon ist wie gesagt gratis und der Anruf wird noch bis am 9. heute Abend gerne entgegengenommen. Für heute haben wir es. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und morgen viel Vergnügen beim Posten bei Gob.